Was dann aussieht. Ähm, ja. So. Das haben wir noch hier. Bücherregale, ja für Rezepte. Man kann ja nie wissen. Hier hat man noch ein Crafting Table. Hier hat man noch Schilder, die kann man auch nochmal brauchen. Die nehmen wir mal mit für die Schilder. Eine Druckplatte vielleicht. Regale. Regale aus Holz. Ich glaub wir nehmen die doch besser mal mit. So, weil ich hab keinen Bock hier tausend mal zu laufen. Ja, das ist auch anstrengend. Das ist übrigens auch ein schönes Lied und ich geh schlafen. Zeig mir deinen Schwanz. Zeig mir deinen Schwanz. Das ist übrigens auch ein sehr schönes Lied, aber ich weiß grad nicht von wem. Und schlafen. Zum Einschlafen. Und guten Morgen, ihr kleinen, süßen, gechillten Kinder. des Lichts. Krieger des Lichts. Ja, wir haben wieder für Licht gesorgt. Ja, ich üben mir noch ein bisschen Kohle mit. Für die Öfen direkt. Dann haben wir direkt schon was zum... Heizware hier. Dann haben wir direkt schon was zum... Ich weiß nicht. Ja, ich war auch ziemlich weit unten in der Pampa drin. Also, ich hab äh... Hast du ja letztens auch mal gesehen, als du zu Besuch da warst. Ich war schon ziemlich weit unten drin. So, zwei, vier, sechs, acht Öfen. Ja... So... Ich war schon ziemlich in der Pampa, also ja. Und ich hatte Angst. Ich hatte Todesangst. Ich hatte... Irgendwo hab ich mir so einen Punkt hingesetzt, wo ich dann ähm... meine Truhen hatte. Und dann bin ich immer schnell zwischen mir immer hochgelaufen und hat alles abgelegt. Falls ich da mal sterbe, ne. Dass ich auch direkt ja nicht lange suchen muss oder so. Sondern, äh... Dass ich dann auch direkt mal... Ja, das ist ärgerlich, wenn alles verloren geht. Ja, das ist dann, äh... Bisschen doof, sag ich mal so, ne. Ich baue jetzt einfach mal eine hier und eine aus dem. Dann kannst du ja sagen, welches dir besser gefällt. Also ich würde sagen, wir nehmen das Tropenholz. Das sieht ja auch ein bisschen... Bisschen benutzt aus, als ob da jemand schon mal Mehl drauf verarbeitet hätte. So... Also ich finde Minecraft so, das... Das ist das... Das Lego der großen Jungs. Ja. Dann kann man wirklich alles mitmachen. Oh... Kennst du die Musik? Ne, du sagst mir jetzt grad spontan nichts. Sagt dir Ultima was? Ultima Online kenne ich. Na, nicht ganz. Äh... Ich glaube es ist Lord of Ultima. Sagt dir das was? Ne, kenne ich nicht. Das, äh... Wie gesagt, ich kann... Ich kann nicht alles spielen. Man kann nicht alles kennen. Das stimmt auch wieder, ja. Es ist halt... Äh... Es ist halt... Äh... Es ist halt... Ähm... Sag ich mal so... Gewöhnungsbedürftig. Jetzt labbel ich mich ab. Jetzt labbel ich mich ab. Ne, ich weiß es nicht genau. Ich meine es wäre Lord of Ultima. Können ja mal eben... Ihr verzeiht es mir liebe Leute. Ultima... Neun. Neun. Ancension. Ja. Ultima neun. Wusste ich doch. Das hört man direkt raus. Also was... Was hörst du direkt raus? Weißt du? Das geht sogar genau auf hier. Eine coole Sache. Geht sofort auf. Und dann bauen wir hier die Regale hin. Weißt du? So... Dann eins, zwei, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf. Dreizehn. Jetzt müssen wir hier nochmal einmal Crafting. Crafting haben wir auch noch nicht mal hier. Müssen wir eben... Also irgendwie... Hm? Ja das ist nicht... Das ist nicht... Synchronzulander. Warum? Natürlich. Ich kann halt nur nicht ans Fenster bauen, weil hier die Stufe ist. Da sitzt ja doch äh... Holzklappen drüber. Das war das wie so ne... Wie früher die Kellerzugänge. Wo man die schweren... Die schweren Klappen aufmachen musste. Ne, da kommt es ja nicht mehr rein. Muss ja schon die zum Aufklappen sein. Die Falltüren. Für... Wo willst du denn hin? Da hin oder was? Ja. Da kann man oben drüber laufen. Wenn man rein muss, kann man sie weg machen. Ohne das man... Werkzeug benutzen muss. Wäre natürlich auch ne Möglichkeit. Können wir direkt mal eigentlich ausprobieren. Ich nehm jetzt einfach mal... Komm ich nehm jetzt einfach das Tropen. Was ist hier? So... Wie war denn das nochmal? Ich glaub 2 auf 6. Hey! Okay... So... So... Ja eigentlich ist das ja... So... Da hatte ich 4 an der Wand. 4,4... 2,2... 2,2... 3,4... Ja dann machen wir es jetzt einfach so... Ja dann machen wir es jetzt einfach so... Ich weiß... Man sollte es nicht machen... Aber es ist... Mit der Spitzhacke das Holz abbauen... Ich weiß... Ja es ist... Ich hab versucht mit der Holz... Mit der... Mit der... Mit der Schaufel versucht... Steine abzubauen... War nicht so von Erfolg gekrönt... Ja das ist dann immer so ein bisschen... Du denkst dir dann so... Okay... So wir brauchen noch einmal... Eine Portion Stein die wir nicht haben... Ja... Ich würd mal sagen... Es ist das perfekte Timing Asirios... Wir haben noch Stein dahinten... Sobald müssen wir ja nicht laufen... Kann man das denn bei den Hühner rumlaufen... Wenn du die Eier kaputt machst... Ich hab ja noch mehr Eier... Weißt du... Ich bin ja der Eiermann... Der macht sich immer an die... Nein... Hühner ran... Vielleicht werden sie wieder geschlachtet... Hühner... Ne... Die Hühner sind mir... Also die sind... Die brauchst du zum Kuchen backen nachher... Ja ich brauch die Eier ja noch... Für den Kuchen genau... Da brauch ich ja Eier, Zucker und Milch... Da muss ich ja auch noch dann... Von den Kühen mit dem Eimer... Muss ich dann die Milch dann noch... Zapfen... Zapfen... Die freuen sich dann... Die weiblichen Kühe... Wenn sie an ihren Eutern da... Ja die... Endlich werden sie mal entlastet du... Du... Wie lange spielst du jetzt hier auf der Map schon du... Die haben ja... Ach du... Denen geht es ja richtig schlecht schon... Den weiblichen Kühen... Obwohl es gibt ja keine Unterscheidung... Es gibt ja alle... Eigentlich schlecht... Es ist... Es ist... Aber ich spiele auf jeden Fall schon lange... Sag ich jetzt mal so... Es ist dann immer so eine gefühlte Ewigkeit... Sagt man ja so... Ne... Die dann halt nicht zu Ende geht... Und man sich immer denkt... So was ist das... Das ist eine Bücherregale... Für Rezepte wollt sie haben... Ja... Ich bin halt überlegen... Ob ich die... Aber die will ich oben hinbauen... Ich brauche mehr Bücherregale... Die Musik finde ich auch witzig... Klingt so noch ein bisschen... Jump and Run... Ist aber auch ein Spiel... Was du kennst... Was brauchen wir denn... Wir brauchen Holz... Wir brauchen Leder... Und wir brauchen Papier... Die Frage ist... Woher haben wir Papier... Wir kriegen Papier... Wir kriegen Papier... Zuckerrohr... Ja... Jetzt kommen wir... Jo... Dann mal volle Möhre... Hier... Ein bisschen abspecken... Dibit... Jo... Einer bleibt übrig... Aber das gleicht sich dann eh später wieder aus... Wenn ich dann wieder Zuckerrohr ernte... Und dann... Brauchen wir jetzt Leder... Ich glaube es war... Ich bin nicht alles täuscht... Ich muss zu meiner Schande gestehen... Ich habe noch nie... Bücherregale hergestellt... Ich glaube es war aber... Es war viel Leder... Ne gar nicht... Haha... Da... Da war was... Echt nur ein... Och... Wollen wir mal direkt mal hier ein bisschen... Toll... Uns fehlt ein Leder... Haha... Wir können auch eben noch die Kühe... Draußen... Du willst sowieso... Steak produzieren... Jetzt machen wir erstmal... Und gucken mal wie viel wir kriegen... Und die Bücherregale meine ich... Wären dann... Da geht eh nicht... Aber haben wir immer noch ein Buch übrig... Und dann... Können wir halt mal gucken... Was wir machen... Ist jetzt ein bisschen... Bei mir ist das immer ein bisschen chaotisch... Ja... Du denkst immer so... Okay... Was macht der Typ da... Aber wieder nur Kacke der Junge... Oh... Es geht aber schlimmer glaube ich... So... Und ich meine... Bücher wären jetzt in der Mitte... Ja... Haben wir acht Bücherregale... Ist doch auch... Was kann man doch ein bisschen mitmachen... Zumindest in der Bäckerei... So... Packen wir hier mal wieder... Die ganzen... Kisten hier... Rein... Äh... Truppenholz... Hier so... Hast du nicht gesehen... Ja... Die Stufen kannst du doch für Regale verwenden... Ne... Ach ja... Die wollten wir für die Regale haben... Aber dann wahrscheinlich auch mit Truppenholz... Ich hätte ja gerne... Gern Kuchen in den Regalen... Kann man die denn da rein stellen? Ja... Klar... Echt? Kannst du auch Kisten auf Truhen stellen... Äh... Kisten auf Truhen... Kisten auf Stufen... Kisten auf Stufen... Ja doch... Das kann man ja... Aber Kuchen habe ich jetzt... Dachte ich jetzt so... Okay... Kuchen? Ja... Den kann man auch in der Welt platzieren... Da kann jeder von essen... Hm... Ja... Wenn wir dann irgendwann mal Multiplayer spielen... Dann kann jeder sich da... An dem Kuchen labern... Ja... Die ist ja nicht ein Multiplayer... Die Map... Die andere... Man könnte ja so eine Read-Oni-Welt machen... Wo die Leute dann mal so... Durch deine Welt fahren können... Du willst eine Eisenbahn bauen... Das wäre ja vielleicht auch ganz nett... Wenn die Leute dann mal dann... Mit einer Eisenbahn fahren... Haha... Definitiv... Definitiv... Also das will ich auf jeden Fall... Ja... Mit meiner Tuk-Tuk-Eisenbahn... Haha... Oh... Haha... Ein bisschen... Besser man hat zu viel als zu wenig... Ne... Sagt man immer... So... Es wird schon wieder dunkel... Ich war schon eine Spinne... Ich habe Angst davor... Alter... Wo kamen die denn jetzt her? Irgendwie ein Leck im Dach... Oder was? Ne... Das wüsste ich aber... Und es war noch nicht mal dunkel... Was ist der Monster in der Nähe? Oder ist es noch nicht dunkel genug? Wahrscheinlich... Aber wo kam denn dann die Spinne her? Da steht die wieder vor der Tür oder? Nein... Man muss ja besser... Man muss ja besser nachgucken... Ist ja dann... Magst du eigentlich Creeper? Creeper? Ich habe doch keinen nützlichen... Nutzen für Creeper gefunden... Außer für die TNT-Gewinnung... Mhm... Ähm... Aber sonst... Gehen sie eigentlich eher auf die Nerven... Ich glaube da... Stimmt mir jedem... Stimmt mir jeder Minecraft-Spieler zu... Dass Creeper... Nicht gerade von Nutzen sind... Ja... Vor allem wenn du dann... Gerade hast du was richtig tolles gebaut... Und dann kommt so ein Creeper und... Vor allem... Vor allem die Frauen... Die haben immer Angst sie zu töten... Und wenn sie sie töten wollen... Dann explodieren die Creeper... Bevor sie es schaffen... Ja... Und töten dann die Frauen dann auch... Ja... Also... Ich sag jetzt nicht, dass das jede Frau macht... Aber... Zumindest die meisten... Die Angst vor Creeper haben... Die trauen sich dann nicht... Und ziehen das nicht durch... Bis zum Ende... Schnell so... Ich mache dann so... Wie bei dem einen vorhin... Wo du gesehen hast... Es gibt auch eine sichere Möglichkeit... Also... Schlagen und zurückgehen... Und explodiert der auch nicht... Muss halt... Man muss ja Platz dafür haben dann... Sonst funktioniert das natürlich nicht... Ja... Das oder so... Aber wir waren ja gerade auf freier Fläche... Och... Ich... So... Das sieht ja voll eng aus... Weißt du... Was mir gerade einfällt... Haben wir nicht noch... Wir hatten noch noch... Wir haben jetzt wieder zurückgebracht... Ja... Warte... Ich finde das ein bisschen... Äh... Ich finde das ein bisschen... Zu eng... Wenn man schon backen will... Dann muss man auch richtig backen... Ja... Und... Es wird ja... Es wird ja gebacken... Und nicht geklatscht... Kommt immer... Witzig... Weil letztens hat mal... Eine aus der Community gesagt... Boah Sirius... Du hast wieder so viele Flachwitze... In dein... In deinem Let's Play eingebaut... Dabei habe ich das wahrscheinlich... Gar nicht mit Absicht gemacht... Ich weiß gar nicht... Das merkt man gar nicht... Ich weiß gar nicht ob ich das mit... Ob du das mit Absicht gemacht hast... Oder nicht... Aber auf jeden Fall sind die geil... Kam mir mal so auch nicht... Ne... Du merkst das manchmal halt nicht... Ne... Es ist dann halt... Denkst du... Okay... Wir haben ein Professor... Der... Hat während seines... Während seines... Ja... Was war das... Wo er... Seinen... Ersten Tagen war... Wo er promoviert hat... Die müssen also... Scheiße... Die müssen so einen Vortrag halten... Und... Da hat er auch... Ziemlich oft... Ähm... Ähm... Gesagt... Ja... Und er hat... Ja... Du hast... Ähm... 86 Mal M gesagt... Und dann hat er gesagt... Er hat nie wieder M in seinem Leben gesagt... Hahaha... Das war auch so ne Sache... Das hat er nicht gemerkt... Ne... Das ist einfach so ne Eigenart... Die man hat... Und wenn man redet... Dann... Dann merkt man das gar nicht... So sieht das nett aus... Ja... Ne... Wenn wir dann jetzt hier noch... Passend... Ich sag jetzt mal... Man haut ihr jetzt mal... Ja... Ja... Wollst du hier Kuchen draufsetzen? Ich... Ich weiß ja nicht... Also... Vielleicht... Oder sollen wir lieber eine Lücke dazwischen lassen... Hier so... Zwei Lücken... Muss man eben schauen... Eins... Zwei... Eins... Zwei... Also eigentlich passt das mit dem Regal... Wenn ich das da ansetze... Dann können die hier vielleicht noch backen... Und da oben kann dann was drauf... Da oben so... Weil es sind ja mehrere Bäcker in meiner Bäckerei... Ja natürlich... Nicht nur... Zwei da und zwei da... Sondern auch... Äh... Die Bleche müssen ja auch irgendwo hin... Aus den Öfen und so... Und... Das wäre auf jeden Fall... Praktisch da eine Ablagefläche für zu haben... Ist ein bisschen hoch angesiedelt... Aber ich denke mal... Ja gut... Wir können ja nicht in die Tiefe gehen... Das ist ja... Ja gut... Da wäre man recht im Keller... Das wäre... Das ist ja dann... Äh... Das wäre das... Das wäre... Das wäre... Das wäre ein bisschen... Das wäre... Du kannst hinten noch zur Wand. Aber dann habe ich hier 3, dann muss ich hier auch nochmal 2 freilassen. Siehst du das? Ich habe einen aus Versehen... Mechse? Mechse? Sitz doch den anderen rüber und lass Mitte komplett frei. Warte mal, ich muss jetzt erstmal... wir schauen jetzt... Oh ne... Aber das ist mir jetzt alles wiedergekriegt, außer das Holz. Ja, das ist natürlich... Das ist schon schwierig... Ich würde mal deine Statistik interessieren, wie viele Kilometer du in diesem Spiel schon zurückgelegt hast. Das willst du gar nicht wissen. Doch, das will ich wissen. Das willst du gar nicht wissen. Das willst du nicht wissen, glaub mir. Das willst du echt nicht wissen, also das ist... Jetzt bitte ich das überhaupt nicht selber, um mal zu gucken, wie viel du dich schon bewegt hast da. Ich habe Angst, dass es schon im Millionenbereich ist. Nein, ich glaube so schlimm wird es nicht sein, aber... So ein paar Marathons hast du wahrscheinlich hier schon zurückgelegt. Könnte ich mir gut vorstellen. Na ja... Ist ja so. Jetzt müssen wir genau gucken, bevor wir die Bücher setzen. Ähm... Vielleicht machen wir was anderes. Das machen wir mal auch hier. Mach jetzt mal... Mach jetzt mal was, was ich eigentlich wahrscheinlich nie machen würde. Weil es einfach nur schwachsinnig ist. Ja. Ne? Das wollte ich mal sagen. Das ist voll schwachsinnig. Die Stufen, die haben halt nicht mehr ihr eigenleben. Ja, da musst du halt nur richtig ansetzen. Also viele Leute denken immer nur... Ach du musst da irgendwas drunter klatschen oder so, damit die Stufen dann so Halt haben. So einen Stein oder so dann auch in die Ecken setzen, damit die Stufen richtig angesetzt werden können. Dass du immer quasi von unten ansetzen kannst. Ja, aber die Mechanik um die zu setzen, die ist schon... Die ist halt hier oben. Du musst halt immer unten... Wenn du hier setzt, gehen die hoch. Ja. Wenn du hier oben setzt, gehen die runter. Hast du aber Stufen um die Ecke gesetzt? Ne. Die gehen um die Ecke. Echt? Ja. Kann man richtig coole Form mit machen. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt hier was mache... Wenn ich jetzt hier was mache... Die Wandverkleidung gemacht. So? Ja. Kann man eigentlich auch so lassen, ne? Das sieht auch nicht schlecht aus. Das ist ein schönes Eckregal. Aber da geht es jetzt leider nicht. Da müsstest du jetzt... Ne. Das würde ich so lassen. So? Eigentlich ist das... Geht das doch auch, oder? Jo. Machst du das gleiche. Hier kannst du das zum Beispiel nochmal machen, schön. So. Und dann hier noch einmal. Oh. Du hast keine Stufen mehr. Ich hab keine Stufen mehr. Nein. Ich hab auch kein Tropen heute. Ja. Wir sind jetzt leider ein bisschen... Am Ende. Ach. Wart. Wir doch nicht. Wir müssen halt ein bisschen improvisieren. Wir improvisieren jetzt wo was hinkommt. Ne. Ich bin am überlegen ob wir... Ähm. Hier zwei. Zwei. Eins. Zwei. Das geht nämlich schon mal nicht. Wenn wir hier zwei. Ich sitz mal eben. Da kann ja nichts passieren. Wenn wir hier zwei haben. Lücke. Hier kommen zwei hin. Dann würde passen. Ich mach jetzt mal einfach so. Und dann würden wir... Oh mein Gott. Das ist da... Rechts, 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 rechts. Sonst musst du uns gleich wieder neu abbauen. Ach da kommt jetzt noch ein Regal hin, ne? Oder? Da kommt ja noch ein zweist hin. Hast du recht. Jetzt geht sogar... Das geht sogar auf. Bei uns. Und dann, wir werden hier oben aufmachen.